Hallo, unsere Stunde ist die Entstehungsgeschichte der Bücher. Diese Stunde erzählt euch heute, was der Begriff Buch bedeutet und über die ersten Bücher in der Welt. Ihr bekommt auch die Information über den Buchdruck in der Welt und in Russland. Also, was ist ein Buch? Das Buch ist eine Sammlung aus gebundenen, gefefteten Seiten oder Blättern, wo irgendwelche Informationen mit einer typografischen oder handschriftlichen Methode gedruckt wird. Die Hauptaufgabe des Buchs war immer die Informationsübertragung. Der moderne Mensch bekommt einen großen Teil des Wissens aus den Massenmedien. Es gab Zeiten, wenn die Menschen nur die mündliche Übertragung von Wissen benutzt haben. Mit der Zeit stieg die Zahl der Informationen immer mehr und es war notwendig, ein neues Mittel für ihre Übertragung und Erhaltung zu suchen. So erfand der Mensch die Schrift. Wollen wir über die ersten Bücher erfahren. Tontafeln aus Mesopotamien Es wird gemeint, das Schreiben stand erst im dritten Jahrhundert vor Christus in Mesopotamien. Das waren die Tontafeln. Die Information schrieb man mit besonderer Art. Keilschrift. Jede solche harte Tafel wurde in eine spezielle Aufbewahrungsbox gelegt. Das war der erste Bucheinband, dessen Alter 5000 Jahre ist. Der assyrische König Assur-Benipal war der erste Bewahrer einer Tonbibliothek. In seiner Sammlung wurden zehntausende Bücher aus verschiedenen Gebieten des Wissens gesammelt. Mathematik, Medizin, Geschichte, Geografie. Bis heute sind einige literarische Werke der Denker von Assyrien und Babylon gut erhalten. Sie stehen unter dem Goldfoss der Weltliteratur. Ägyptischer Papyrus Die alten Ägypter benutzten fürs Schreiben Papyrus. Das ist eine Pflanze, die sich in Ägypten weit verbreitete und an den Ufern der Flüsse wuchs. Ihre langen Stimme schnitt man in Streifen, dann trocknete, klebte in einer langen Schriftrolle und plättete mit Steinen. Auf Papyrus wurde es mit Hilfe des dünnen Rohrs und natürlicher Farben geschrieben. Alle Texte wurden in Schwarz geschrieben, außerdem das erste Wort jedes Absatzes. Es schrieb man immer rot. So entstand der Begriff Absatz. Das heißt die neue Zeile. Papyrus Rollen wurden in Leder und Holzkasten gehalten. Die Texte waren meist medizinisch, religiös und magisch. Die chinesische Schrift Die chinesische Schrift ist über 3000 Jahre alt. In China wurde Bambus zum Schreiben verwendet. Das hervorragende Beispiel des Bambus-Buchs in der Welt ist das Diamant Sutra von 868. Der Text dieses Buches ist mit Hilfe eines Aufdrucks gedruckt. Das sind ungewöhnliche Gravuren, die in einer 5 Meter Schriftrolle gesammelt wurden. Schrift in Indien Die indische Schrift nennt man Brahmi-Schrift. Sie entstand ca. 250 v. Chr. in Sri Lanka. In Indien schrieb man auf dem Bambus und der Tierhaut, aber häufiger verwendete man getrocknete und geglättete Palmblätter. Dann wurden die fertigen Texte ordentlich zusammengenäht und mit einer hölzerne Bindung befestigt. Das erste schriftliche Dokument in Indien war Edikte des Ashoka des 3. Jahrhunderts v. Chr. Edikte des Ashoka sind 33 Texte, die auf Befehl des indischen Königs Ashoka, regiert ca. 268-232 v. Chr., an den Wänden von Höhlen und Steinsäulen geschrieben wurden. Diese Höhlen und Steinsäulen wurden zu diesem Zweck speziell errichtet. Pergamon ist die Stadt des Wissens. Pergamon war eine antike griechische Stadt nahe der Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei. Hier war eine Bibliothek, in der mehr als 200.000 Bücher aufbewahrt waren. Die Bibliothek von Pergamon war die zweitgrößte der antiken griechischen Welt. Die ersten Handschriften waren in Pergamon aus Pergament. Pergament ist eine leicht bearbeitete Tierhaut, die seit dem Altertum u.a. als Beschreibstoff verwendet worden ist. Pergament ist ein Vorläufer des Papiers. Pergament wurde meist aus Häuten von Kälbern, Ziegen oder Schafen hergestellt. Das älteste Buch in Pergamon war der Kodex Sinaizikus. Das ist ein Bibelmanuskript aus dem 4. Jahrhundert. Die ersten Schriften in Russland. In den Zeiten des alten Russlands benutzten Schriftgelehrte in ihrer Arbeit Holzbräter und Birkenrinde. Bis zu unserer Zeit wurden vier Holzbräter des ersten Buchs bewahrt. Novgoroda Kodex. Das ist die Bezeichnung für ein Wachstafelbuch in altkirchenslawischer Sprache vom Jahre 1036. Noch eine alte Pergament-Handschrift und das zweitälteste bekannte osslavische Buch ist das Ostromier Evangelia. Das ist eine illustrierte Handschrift in kirchenslawischer Sprache vom 1056 aus Novgorod. Im Mittelalter konnten nicht viele Menschen lesen und schreiben. Meistens waren das Mönche, Wissenschaftler und Beamte, Schriftgelehrte. Die Handschriften kosteten viel und nur sehr reiche Leute konnten sich leisten, sie zu Hause zu haben. Im 9. Jahrhundert erschienen die ersten Universitäten in Europa. Die Staaten brauchten eine große Anzahl von gebildeten Menschen. Aber die Studenten konnten sich nicht leisten, teure Bände zu kaufen. Am häufigsten hatte nur Professor ein Buch. Und Studenten mussten alles merken. So entstand Bedarf an der anderen Art der Bücher. Und 1450 wurde die Weise des Buchdrucks geschaffen. Das beeinflusste die Buchproduktion in der ganzen Welt. Der erste Buchdrucker war der Deutsche Johannes Gutenberg. Er gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern und der Druckerpresse. Das erste Druckbuch in Russland erschien im Jahre 1564. Es hieß Apostel und es hat Ivan Föderer geschaffen. Mit der Zeit wurden Druckbücher und für die Bevölkerung verfügbar. Heute existieren in der Welt fast 130 Millionen Bücher. Die Bücher verändern sich mit der Zeit. Heute können wir nicht nur Papierbücher, sondern elektronische Bücher lesen und sogar hören. Bücher sind unsere besten Freunde, die immer bei uns sind.